Ich möchte mich auf jeden Fall ganz gerne einfach mal die Glück 2 auch mal ausprobieren. Auf der Anseite natürlich, wenn wir uns was schönes entscheiden können. Mal gucken, was denn vielleicht... Ich meine, für 3 wäre ich auch was Feines dann. So. Hopp. So, was wir jetzt hier alles mitnehmen? Mal gucken, ne? So, das. Das, 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 das. Ja, das passt noch rein. Ja, das ist wieder voll, ne? Siehste? So. Toll. Ja. Ähm. Hier, das passt noch irgendwo. Ja. Gut. Fahre mal rein. So. Na, Wetterstein. So. Irgendwann müssen wir es mitnehmen. Ähm. Wir sind auf jeden Fall noch mit, äh, das hier. Das, äh. Das, äh. Das brauchen wir eigentlich schon ganz gerne mit. Die Pise ist mir eigentlich egal. Ähm. Joa. Äh. Ich will jetzt sagen, die Erdweck brauche ich denn. Toll. Ist hier irgendwie draußen vielleicht so? Hm? Ist das irgendwas? Wo ich sie hinbauen könnte so schön? Hm. Woher? Ah. Einfach dort hin. So. Ich mag sie auch nicht, wenn ich sie wegschmeißen muss. Äh, aber schlafen. Äh. So. Und wieder ans Gässchen dran. So. Jetzt können wir das nicht. Noch mitnehmen. Wir sind auch schon wieder voll, ne? Und haben aber einmal Pflasterstein, zweimal Pflasterstein, aber drei, vier. Ja gut. Ich weiß ja, wo er noch ist, ne? Jetzt wäre zum Beispiel diese Endertruhe von Vorteil, ne? Ist das denn irgendwas? Hast du was, Steve? Nein? Okay. Wundert mich richtig. So. Da kommt die Akazin, die bringen wir gerade noch zurück, ne? Wolltest nicht noch nicht mehr mitnehmen. Oder überlegst du mal, je nachdem wann ich da in der Wüste weiterbaue. So. So. Dann guck mal, ich bin Florian, die mich dann bauen, äh, machen, ne? Mal schauen. Das habe ich mir wirklich an der Gedanken gemacht. Was wir so super duper toll zusammen machen könnten. So. Was haben wir hinten? Pferdchen. Brauenspferd. Na ja. Pferd ist ja super. Aber ich möchte kein Pferd. Ich möchte lieber Esel. Dann fahrt uns gleich. Hier auf jeden Fall eure Nachbarn gebrannt. Aber beim Dorf hinten, beim Dorf. Da war auf jeden Fall was. Da haben wir schon welche gesehen. Hm. 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 Dann gehören zum ersten Mal in die andere Richtung. Ding, 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 ding. Auch schnell los. Ab, 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 ab. So. Dann gucken wir gleich mal auf der hinten da wohnt. Esel finden. das ist nur die kuh die war nicht du bist auch nicht das was ich jetzt gerade suche wo es als suchen und durchsucht ist auch nicht aber wer als schöne beine finden würden noch einmal haben sie sich der geschoss weg gestoppt ja geschickt dass ich neben den stehen stehst du vielleicht sie in der wüste du stellst du kannst du mal ein knallen und das war es dann jetzt auch schon ja zurück schlafen jetzt muss ich nicht mehr oder ein bisschen zeit ist es noch so wo war das hier so und zwar ich habe gerade gedacht ich hätte da so weit zum blöcke gesehen also jetzt hier nur diese mit hooter abgebaut oder so aber nein das war nur eine täuschen da muss ich sagen es ist auch ein dunkles pferd künftig ja das muss ich auch mal holen und das muss man so ein bisschen merken es war nicht hier wahrscheinlich schon bald durch die durch die map durch räumen stück für stück das ausgebildet noch auf doch mal schneller vielleicht hat sich so viel gefressen könnte schneller laufen ja wei 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 dum 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 hop hop hmm easy 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 los losen irgendwas auf der seite vielleicht doch muss man da fettchen die ist doch das wird so ein fährt ne ähm ich hab auch kein zucker oder sowas ne einfach irgendwo was halt das ist auch los, guck mal da, hieße mal, hieße mal, so das hier, zack, mal ein bisschen zucker machen ne, das ist ja gar nicht so so, komm mal her, ja, probiert das mal ne, fällt dir ja ist geil, ne, ich saß dir doch jetzt kann ich nicht sehen so, lass mal auf, Sattel herberg okay, ich muss ja nicht runter, ne ja doch, ach da ja, komm, lass mich noch mal drauf hier äh, jetzt hab ich ihn, ne äh ja, das reicht jetzt auch äh, nicht da runter, komm was ist denn, ey, Feli, da muss ich mir raus, oder was, ne, ich helfe dir ja, super, ne toll jetzt runter raus kommt schon ach komm schon jetzt muss er mal gezähmt haben ja wer sagt es denn jetzt haben wir es doch ich will ich da gar nicht runter 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 jetzt drauf und die leide machen wir nach hier und so zum mutter gleich krampfbereiter so kommt und es kommt los ab nach hause die pferdchen zwar kein esel aber ist auch okay so das war jetzt finden wahrscheinlich noch eine ist auch egal guck mal da können wir die ja auch hier gleich mal ja hier halt nur wegen nachwuchs zeugen mal schauen was für eine sorte herausbekommen so und jetzt muss ich auch schon eine leine nehmen so kommt noch nicht in diese richtung hier wo komme ich hier durchs wasser so durch oh ja ne ok das geht so ja das geht so so aber jetzt müssen wir den restern noch hier bitte der schmur komm mit fertig was ist hinter mir los gut dim dim okay auf dem wasser passiert zumindest nix ok du bist dran an der schnur alles klar dim 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 so gut gut wenn es heute hier in der dunkelheit ankommen also ist aber auch egal das macht nix so lange wir im wasser sind selbst wenn jetzt creeper hinter uns explodieren ist passiert nichts na komm fertig komm hopp hier ist noch ein tief mehr hätte ich auch noch reiten können ein stück na ist auch egal ja 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 fertig ist noch da so heute war es ja nicht weg ne muss ich schon rein zuhause wollen ich würde sagen am besten mache ich das Pferd wahrscheinlich dann auch einfach draußen erstmal irgendwo fest und dann gehe ich erstmal schnell pennen ich denke mal das ist ein ganz ganz guter Plan hier oben ist drauf gespawnt oder so ne ja außer du halt ne klar ah hab ich fertig ach die sind schönes Haus schön ja ich hab doch ne super hintertür ne ich hab doch ne super hintertür ne ich hab doch ne super hintertür ne ob das Pferd da mit reinkriegt das weiß ich jetzt noch nicht ich hab das Pferdi verliere das wollen wir schließlich nicht boah dam 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 ach schön wieder daheim weiß hat geklappt wie wir es wollten ach was macht der denn da drinnen so ich mach erstmal da fest ich muss jetzt erstmal gerade schnell pennen gehen es gibt das hier nix so ne du brauchst natürlich abfällen ne du bleibst da wo du bist so so Papi ist wieder zuhause alles gleich Jungs u Moment hier aćeste ich lap u e u u u u u